Hi Leute, wieder zu einer neuen Ausgabe von TechnikWords. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man seinen Carrier, also oben links, wo jetzt iMarco steht, wo beim iPod iPod und beim iPad iPad und bei iPhone dann der Telefonanbieter steht, wie man diesen Text ändern kann. Ja, das geht ganz einfach, indem man sich die App, ähm, das Cydia tweak, Spring to Mice für iOS 4 oder Spring to Mice 2 für iOS 5 runterlädt. Und dann geht man ins Video, lädt man sich das runter, das zeige ich jetzt nicht, das ist ja einfach eigentlich. Und dann geht man in die Einstellungen, scrollt runter zu Spring to Mice. Und das muss Enabled sein, das ist, also eingeschaltet, das ist ganz wichtig. Und dann geht man hier auf den Status Bar, Kategorie. Und Custom Carrier, Use Custom Carrier. Und dann wählt man das an, also dass es an ist und gibt einen Text ein. Geht zurück, klickt auf Reload, Respring. Und das war's.